Für 2.000 Euro, aber jede Sekunde, die du länger brauchst, verschwinden zwei. Nein, 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 nein. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Nein, 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 nein. Der muss doch irgendwo geschmückt sein. Oh, nein. Oh, nein. Das Geld, wo es findet? Wo ist der Knopf? Das Geld verschwindet. Nein. Wo ist der Knopf? Wenn du den Knopf gefunden hast, schreib es in die Kommentare. Ich herz jeder, der richtig war. Findet ihr den? Hier ist ein Knopf. Ich hab ihn schon. Was? Ich war da schon oder was? Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Es wird immer weniger. Findest du ihn? Oh Gott, das ist Folter. Das ist Folter. Lass dein Abo da für mehr. Oh. Nein. Es wird weniger. Oh mein Gott. Wo ist denn der verdammte Knopf? Da ist kein Knopf. 2.000 Euro auf meiner Kreditkarte. 2.000 Euro. Ja. Wenn du es schaffst. Okay. Da hinten hinzukommen. Einfach da hinten hinkommen? Ja. Und es ist eigentlich ein super einfacher Sprung. Dieses Seil ist an deinem PC, an deinem HDMI-Kabel. Und jedes Mal, wenn ich dran ziehe, geht sein Monito aus. Die Aktion, ein Like und ein Abo. 2.000 Euro. 2.000 Euro. Für einen Sprung in Minecraft. Für einen Sprung. Hundertprozentig. Hier. Die Hand drauf. Aber schaff ihn. Strenge dich an. Ja. Wirklich. Ja. Ja. Ihr könnt ja alle mal einen Daumen nach oben da lassen, dass er das schafft. Ja, oder? Das hat mich. Nein. Okay. 2.000 Euro, Willko. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Drei, zwei, eins und. Hä? Hä? Junge, was denn? Warte. Hä? Du warst das. Der Monito ist aus. 100 Euro habe ich für dieses Mystery House bezahlt und ihr werdet mich alle hassen, wenn ihr das hört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier ist nur eine Falltür und er wollte das Geld unbedingt als Pay-Safe-Cards. Für diese Aktion will ich wenigstens ein Like und Abo. Okay, da geht's runter. Oh, da ist einfach gar nichts. Oh Gott, okay, bitte, bitte, lass es sich gelohnt haben. Oh Gott, und jetzt vergesst den Like und Abo nicht. Wo ist denn das Ende? Wo ist das? Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Okay, 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 da geht's irgendwo hin. Okay, vielleicht dreht sich das Ganze doch noch ins Positive. Liebe, lieber mein Gruff-Scored da oben. Bitte. Was denkt ihr? Schreibt mir in die Kommentare und... Das ist ein Turm aus Diamanten. Das ist ein ganzer Turm aus Diamanten. Oh Gott, das ist ausgehört dazu gar nicht. Laber nicht. Doch, wenn du schaffst, 16 Brote in einer Minute zu craften. What the fuck? Oh mein Gott. Ey, wenn ich das schaffe, dann sehe ich nach einem Jahr aber auch aus wie ein Döner. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal. Hä? Da ist kein Weiß. Du musst selber das Felsen bauen. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Aber dafür hast du Knochenmehl. Das schafft man nicht. Das schaffe ich niemals. Wie viele Brote? Äh, 16 Stück. Junge. Junge, wie soll ich denn das in 60 Sekunden schaffen? Das schafft kein Mensch. 15 Sekunden. Lasst ein Like und ablesen. Du hast noch 10 Sekunden. Was? Nein, 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 nein. Du hättest geschafft. Du hättest geschafft, wenn du dich jetzt... Ja, ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, gelaufen. So für dich, wenn du dich 12 Stunden lang nicht bewegst. Und wenn du es nicht schaffst, dann gibt es einen Bann. Oh mein Gott, ich schaffe das. Haha, du nimmst die Challenge an. Ab jetzt nicht mehr bewegen. Alles klar, bis später. Okay, bis später. Der Timer läuft ab jetzt. Die 12 Stunden haben begonnen, aber wisst ihr, was er nicht weiß? In 11 Stunden und 58 Minuten startet unser Server automatisch neu und er kann diese Challenge nicht schaffen. Wenn er wirklich die 12 Stunden durchzieht und das herausfindet. Drei Stunden später. Du hast drei Stunden schon geschafft. Super nervig, weil ich nicht zocken kann. Glaube ich dir, dass das nervig ist. Es ist einfach der nächste Tag, Mann. Er steht da immer noch. Er steht da immer noch. Äh, hallo? Ich hab die Nacht durchgemacht. Du hast die Nacht durchgemacht. Gleich bekommst du die 300 Euro. Noch zwei Minuten und das hat er gleich neu. Hi. Ja, hab's letztendlich geschafft. Ich kann... Du hast es nicht geschafft. Er hat zwar nicht geschafft, aber wenn du ein Like und ein Abo da lässt, dann kriegt er das Geld. Ich hab dafür wirklich 100 Euro bezahlt. Ich wurde so mies über den Tisch gezogen, dass mir das passiert ist. Das ist mir so peinlich. Ich hab einen Random-Spieler beauftragt, etwas für mich zu bauen und ich hab ihm einfach 100 Euro dafür gegeben. Oh Gott, ich kann das nicht zeigen. Ich bin so ein Idiot. Oh Gott, ich kann das nicht zeigen. Ich wollte doch einfach nur was gebaut bekommen, Mann. Ich wollte einfach nur was gebaut bekommen. Ja, ich löse es jetzt auf in drei, zwei. Lass ein Like da als Mitleid für meine Dummheit, dass ich irgendein Random 100 Euro gegeben habe. Drei, zwei, eins und... Oh Gott, oh Gott. Was ist das? Du, dafür hab ich 100 Euro bezahlt. Du bist zum grünen Rettungspunkt und du bist Millionär. Was? Ja, Mann, ich will... Warte mal, hä? Warte. Wo ist mein... Ohne Tastatur? Wie soll ich das ohne Tastatur schaffen? Mit Sprachsteuerung. Sprachsteuerung? Ja. Probier es aus, probier es aus. Auf Deutsch einfach? Einfach... Einfach sprich. Okay. Geradeaus laufen, springen. Nein, zurück, zurück, zurück. Hä? Nein, stopp, stopp. Nein, nein, nein. Geradeaus, geradeaus. Links, links. Was machst du da? Geradeaus, rechts, rechts. Nein, zurück, 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 zurück. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Nein. Boah, Junge, dieses K... Ding. Geradeaus. Spring, 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 spring. Stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, du musst jetzt nur noch darüber. Okay, okay, okay. Ja, ich muss es schaffen, da bin ich Millionär. Das Ding muss man verstehen. Geradeaus, was ist denn? Oh mein Gott.